Nach ihrem erfolgreich gewonnenen Boxkampf bei Fame Fighting machte Valentina Doronina die Trennung von ihrem Freund Kevin offiziell, dieser äußerte sich jetzt zu dem Liebes aus. Valentina Doronina, Trennung vor Boxkampf Bei Fame Fighting am vergangenen Wochenende stieg Valentina Doronina, 24, als Siegerin aus dem Boxring, nachdem sie sich gegen ihre Gegnerin Hati Suarez durchgesetzt hatte. Bei diesem spektakulären Kampf sollte eigentlich auch Valentinas Freund Kevin Sastzik, 33, in der ersten Reihe sitzen und die Blondine kräftig anfeuern. Am Tag des Kampfes fehlte von ihm dort allerdings jede Spur. Im Interview mit Bild erklärte Valentina im Anschluss an ihren Sieg, ich habe mich von Kevin getrennt. Nach drei Monaten Beziehung ist die Liebe der beiden offenbar gescheitert, zu den Gründen schwieg die 24-Jährige. Kevin packt nach Trennung aus. Keine leichte Zeit für mich. Obwohl Valentina ihren Freund noch im Fame Fighting Hotel abservierte, verfolgte dieser ihren Kampf vom Saal aus. Über das Liebes aus erklärte er gegenüber Bild. Ich kann natürlich ehrlich und offen darüber sprechen, dass es keine leichte Zeit für mich ist. Ich finde meinen Weg, um damit umzugehen und werde das Beste aus der Situation machen. Ergänzte. Dennoch wollte ich, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind, Valentina zu 100% unterstützen. Wir hatten die Reise mit dem Ziel begonnen, den Kampf zu gewinnen, und das wollte ich auch bis zum Ende. Während Valentinas Ex-Freund Ken Kaplan aktuell gegen die 24-Jährige hetzt, fand Kevin nur liebevolle Worte für seine Ex und stellte abschließend klar, Valentina war es mir wert, mich fast mehr auf ihren Kampf zu konzentrieren, als auf meinen Meisterschaftskampf im Profisport. Ich bin stolz auf ihren starken Kampf. Ich applaudierte für sie und verließ die Halle direkt nach ihrem Sieg.